Ja, ich melde mich heute mal mit einer kleinen Videobotschaft bei euch und zwar geht es um den Business Talk Podcast. Ich habe in den letzten drei Jahren mit dem Business Talk Podcast fast wöchentlich Interviews geführt mit, ich weiß gar nicht, 180 Interviews sind es wahrscheinlich gewesen in den letzten Jahren. Und diese drei Jahre sind super schnell vorbeigegangen und ich hatte so viel Spaß dabei, habe so viele tolle Menschen kennengelernt, wir haben so viele unternehmerische Geschichten gehört, die ja auch die Community weitergebracht hat. Und darum ging es ja eigentlich immer in dem Podcast, dass wir Geschichten auftun, dass wir Reportagen, Interviews machen und auch die Solo-Folgen natürlich, um euch zu informieren über das Thema Arzt und Unternehmer sein. Die kreative Pause, die wir jetzt machen, die wird ungefähr drei bis dreieinhalb Monate dauern, also im September wird es weitergehen mit dem Business Talk Podcast, dann natürlich auch ein bisschen verändert. Aber insbesondere gibt es jetzt diese kreative Pause, weil ich mit einem Verlag zusammen mich zu einem Buch entschieden habe, auch wieder um das Thema Arzt und Unternehmer sein. Und das ist jetzt neben der normalen Arbeit das Projekt, was ich vorantreiben möchte, wo im Moment die weitere Energie neben der Arbeit bei Business Talk und natürlich auch bei der Telemedizin-Plattform CyberDoc ja hingeht. Also freue mich schon wieder drauf, wenn wir im September weitermachen mit dem Business Talk Podcast. Bis dahin bleibt unternehmerisch und wenn ihr Fragen habt, wendet euch einfach über die Seiten Business Talk oder die Info um at BusinessDoc.de an mich oder an meine Partnerin. Also freue mich drauf, bleibt unternehmerisch. Wir sehen uns wieder im September spätestens und hören uns dann im Business Talk Podcast. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.